Hi, na, hier ist der X-Wing mit Minecraft Die Wolf 20, wenn das jemand wissen will, das war jetzt der Mod 5 Beat the Beast Und, ja, diesmal ohne JustSkilled, ähm, ich hab heute einfach viel zu viel gemacht und deswegen kommt jetzt erstmal ein kleiner Rückblick, was ich gemacht hab Und dann werden wir uns noch, äh, ein bisschen was bauen Also, wie ihr schon grad gesehen habt, hier, ich hab jetzt die Boots, die hatte ich ja schon Dann hab ich mir noch Nanosuit Leggings und Body Armor gebaut, der, die sind relativ einfach, einfach nur Carbon, Diamanten und Redstone Und dann bestimmt Mixtur mixen und gut ist Und, ja, man hält gut aus Das Coole ist, eben an den Schuhen, der Fallschaden wird so extrem weggemacht Ähm, ja, ich war ein bisschen farm, wir haben jetzt gute Diamanten Ja, das können wir mal ganz kurz zeigen Hier, 7,20, 211 Iron Und 68 Gold 7 Enderperlen Also, ein bisschen was, ne? Da draußen hab ich dann noch ne Kleine Weed Farm gemacht Hoch zum Ernten Dann ist alles fertig gesprossen ist Da runter läuft Wasser lang Hier ist das Wasser dann Jetzt kann ich uns gleich mal zeigen Da Redstone einfach die ganzen Pistons, die hier drüber sind Da sieht man einen zum Beispiel Angesteuert Und die fahren dann eben ein Dann geht das Gravel nach unten in das Klo Und dann fließt das Wasser lang Und erntet den Weed ab Sven hat schon gemeint, irgendwie Er wird das mit so einem anderen Mod besser machen Dann sind ein paar Bäume angepflanzt und so Da hinten noch ein paar Unterhalb des Bäume war ich nicht so schön Also die sind schon schön, aber Das Holz ist einfach so Äh Dann Was haben wir noch gemacht Ich hab mal auf meinen Hammer Strom draufgebracht Aber das ist zu wenig, Alter Ähm Ja, dass die ganzen Sachen auch geladen sind 7DM FE hier Schön Schlade ich auch mal grad meinen Hammer nochmal neu 7.000 Und keine Ahnung, ob man das irgendwie hier weitermachen kann Bei den Lederhelm hab ich gefunden Deswegen hab ich ihn an So Da hab ich mir noch einen zweiten Geothermalgenerator gebaut Einfach mehr Strom Für uns ein Electric Furnace Dass wir, wenn wir was schmelzen wollen, gleich schmelzen können Weil der eben Hitze braucht Ähm Ja, da ist nichts mehr drin Ich hab keine Ahnung Wie JustSkilled hier Äh Das ausgemacht hat Habt ihr in der Tutorial gelesen Und Info Und Keine Ahnung, wie das angeht Wenn ich es jedem sagen kann Gut und gerne Aber dann werde ich ihn wahrscheinlich so selbst befassen Ist auch egal, weil Das, was ich mit dem Pulverizer machen wollte Konnte ich dann auch hier drin machen In der Schmelze Ähm Joa, hab die Barrels um Größer gemacht Mit nem Hopper Weiß nicht, hab ich das hier schon gezeigt Da sind die Matscheraturen Was? Das kann nicht matscheriert werden Okay Gut zu wissen Guck mal her, hier Teile da Das muss ich ja gleich Ausbruch haben Gut, dass ich hier bin Ich hab grad Iron Gravel Awe Geht also nicht Aber sehr Interessant Komm schon Ball raus Danke So So ich Die ganzen Dinger wieder hin Und den Sturm auch wieder So Ich weiß, da können wir auch mit Fieberglas machen Aber in dem Mod-Paket ist Fieberglas einfach so teuer Ja, ähm Fieber Fieberglas Da braucht man eben zwei Energy um Dust und Pulverize Silber ist egal Glas ist auch egal Und dann kommt eins raus Eins Also Ich will's noch nicht testen Vielleicht kommen auch mehr raus Aber wenn da eins rauskommt Das ist so richtig bitter Weil eben So ein Teil Man kriegt neun Stück Aus vier Diamanten Und Sind Threadstone quasi Und Mit neun Kann man Also quasi wenn ich acht Diamanten benutzen würde Hätte ich 18 Dann könnte ich neun Solche Kabel machen Neun Kabel Mit acht Diamanten Könnte ich Solange ich Noch hier auf die 720 rumgurk Ähm Jo Gebraucht es Kann man es wieder aufladen Also er geht nicht einfach kaputt Oder so Und wie man hier jetzt schaut Die sehen alle ganz einfach aus Immer nur Carbon Und eben Energy Crystal Ein Energy Crystal Sind vier Diamanten Das geht eigentlich Und hier kommt eben Und hier kommt eben das Night Vision Goggles Keine Angst Ich hab natürlich Meine Kollegen Ja auch noch Die beiden anderen Sachen gemacht Ähm Jo Fangen wir erstmal mit dem Einfachen an Vier Diamanten Und Vier Carbon Hab ich noch Carbon? Ich glaube nicht Nein Heißt Vier mal zwei sind acht Mal vier Sind Zwei Und Riesig Da ich Zwei am Ende Bauen werde Mal gleich ein Stack So So Das bringe ich jetzt Selber hier runter Weil Ich tue das natürlich Nicht hier einprogrammieren Dass Code Und so was rüber geht Das wäre ein bisschen Fatal Finde ich So Wie Tun wir das Am besten aufteilen So 24er Stacks Irgendwie Ja Sieht eigentlich schon Ganz mal schlecht aus So Und der eine hat halt nur 16 Mein Oh Da war wieder ein Meteor Creeper explodiert nicht einfach so Warum geht das nicht da rein Ähm Gravellor Iron Gravellor Blast Smelting Redstone Fund Laser Slag Oh Smelting Meldet Okay Dann Zeige ich euch das hier mal eben Da habe ich noch den anderen eben Und der geht Eben auch sehr gut ab Also man sieht es da oben Power 3 EU Und der da Der hat eben Power 1 EU Wenn er 1% hat Bis 125 EU Wenn er 100% hat Man geht halt richtig ab Ja Da ein bisschen Eisen rausklopfen So Oh Das ist jetzt natürlich nur Für einen Kopf erstmal Charcoal? Nein Habe ich wieder Charcoal genommen Ich Depp Hör auf Ja Charcoal Hör auf Hör auf Hör auf Ja Charcoal funktioniert nicht Ich muss davon natürlich Ein Stack nehmen Was habe ich da jetzt? Coal Dust Da habe ich Coal Dust Cool 32 Charcoal Die kann man Wurde Scheiße machen Egal Ähm Zip Dann bekomme ich Raw Carbon Zip Hi So Dann kriege ich Diese Dot Coal Oh da habe ich sogar schon 4 Also passt das von der Anzahl her Ja was kann man mit Shark Coal machen Solange wir hier kurz warten Kann jemand kurz gucken Wo ist hier denn Shark Coal Coldest Hydraest Coolest Pulverweist Coal Da ist er Da habe ich mir so eben Macht den Marzellator Oder einen Pulverizer Oder einen Rock Crusher Was kann man damit machen? Ach ja genau Gunpowder Okay das ist nicht so schlimm Also ich kann jetzt Ähm Salpeter Und Sulfur nehmen Und kann daraus dann das bauen Cool So was Mach mal lieber erst Ach Ich laufe mal eben weiter Ähm Redstone 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 habe ich mir jetzt eine Küste gemacht Äh Ein Doppelbarrel Zwei Stück sind das quasi in einem Zwei Stück sind Eins Zwei Zwei Vier Kriegt man neun raus Und die macht jetzt Energy Crystal Und das ist quasi schon das ganze Rezept für die ganzen anderen Sachen Aus neun Energy Energy Dust Wird ein Crystal übrigens Warum das Text noch nicht So Jo Jetzt habe ich die Carbon Plates schon mal alle Für den Nano Hell Brauche ich allerdings noch eine Night Vision Goggle Und die ist Interessant Lapis Glowstone Hier Energy Circus Die müsste ich sogar noch haben Ähm Dann kommt hier eben Alloyed Das ist Iron Bronze Und Tin Alles zusammensetzen Dann kommt eben Sowas raus Plus Glas Ergibt gleich diese Dinge Brauche ich nur einmal Dann Rubber Ähm Advanced Lapis Plate Nochmal mehr Circus Okay so viel Circus habe ich dann nicht Nochmal ein Circus Und nochmal Copper Und Tin Das ist echt umfangreich Das Teil Hier ist dann nochmal Bronze Und Kupferkabel Und Sulfur Und Lead Oh je Das wird sowas von krass So Der Crystal ist fertig Ich tue jetzt erstmal alles in die Tasche rein So Der Crystal Die Carbon Hier habe ich übrigens mal einen Harden Flux Capacer Dings da gemacht Da muss ich halt auch wieder warten Weil ich keine Ahnung habe Wie das hier funktioniert Da sieht man Da ist RF drin Gib mir RF raus Bitte Willst du mich da aufladen oder so Vielleicht geht das sogar Ich habe mir noch gar nicht überlegt Ob das geht Ist da noch irgendwo Da nicht glaube ich Da irgendwie Ne Da vielleicht Nö Keine Ahnung Egal Die soll uns jetzt nicht Das stören So Ich brauche Glas War Irgendwo da mit dabei Ähm Iron Mit Sicherheit Bronze Besteht aus Kupfer und Zinn Copper Stack Ein Kabel Auch gleich Bequest Wenn es schon da ist Ähm Weiß mal Was machst du wieder Ich tue ich gleich Wieder einschleusen Tin Öp Tup 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 Was warst du noch Alles so Rubber Habe ich noch Rubber Ja Habe ich noch ein bisschen Was Sehr schön Habe ich noch Alles requesten Advanced Lapis und Glowstone Lapis und Stack Glowstone und Stack Das war alles mal ein bisschen Zusammen Bronze Haben wir noch Bronze Irgendwie Oder muss ich mir die Mischen Wie es aussieht Zwei Okay Okay Alles mal her Fangen wir mal mit dem Kleinsten an Das ist Electric Circus Ich brauche noch ein paar Dies heißt Ich brauche ein Kabel Ähm Dazu muss ich Ich mache es jetzt hier Von Hand Irgendwie Bin noch zu faul Für die Anderen Sachen Machen wir uns gleich mal Zehn Stück Oder so Falls das der Hammer weg Dann mache ich es nicht mehr Von Hand 20 Kabel Werde ich nicht alle machen Weil Ich nicht mehr so viel Rubber Hab Sechs für eins Circus Zwölf So Oh ich hatte da noch eins übrig Mh Ein Circus muss ich da auch noch haben Oder vielleicht auch zwei Cirque Zwei sogar Cool Kommen sie her Komm ich mal Töck Töck Ein bitte So Ähm Ein bisschen hier Die Sachen die ich jetzt gerade nicht brauche Weg damit Komm ich mal einschmelzen Helm So Den da Hab ich Reinforce Dazu muss ich das Oil machen Dazu muss ich Drei Ironblades Drei Inforce Drei Tin Habe ich noch Ironblades eigentlich Ironblades Zwei Hm Naja Machen wir halt auch noch eine mehr Trossen muss ich auch alle machen Und Tin Tin Tinblades Haben wir noch zwei Eist immer schon wieder Eist immer schon wieder Hab ich noch Gut Ein Iron Zack Und Bronze Zack 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 Heißt jetzt muss ich ein Bronze mischen Ich glaub das ist mal drei Vier Oh da kam es mal vier raus Hämmer schon Zack So Jetzt weiß ich nicht mehr Wo was war Das kann man aber ganz schnell ausfinden So war es nicht Das war so wahrscheinlich Ne Genau Mixed Metal Dies muss ich jetzt in den Kompressor tun Oh je Kompressor dauert immer so ewig Da ist er In den Kompressor Ah Copper Tin Iron Glass Ah da kommt gleich acht raus Okay Tin Kabel Müsste ich theoretisch auch haben Habe ich das noch Unisolierte Tin Kabel Nein nur isoliert Toll Ah Ich hab Tin dabei Ja Tin Einmal hauen Einmal cutten Gutes Copper Kabel Habe ich auch noch Heist Iron Item Cast Iron Tuck 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 Bald ist er kaputt Drei Stück Drei Stück kann ich noch Ja Da geh ich jetzt so hin Denn Diese müsste ich bauen können Jupp Die hab ich Das ist wichtig Und das ist wichtig Dann gleich mal die zwei Rubber auch wegtun Die sind wichtig Nicht dass ich die irgendwie aus Versehen verbaue Das habe ich Das habe ich Jetzt könnte ich eigentlich unten nichts aus dem Kompressor rausholen So Und mit Glas zusammen Zack 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 Kommt So Was jetzt noch Advanced RE Sulfur Lead Bronze Item Cast Und Copper Kabel Copper Kabel habe ich Bronze Sind da Ich mache jetzt glaube ich echt den Kaputt einfach Dann haben wir keinen mehr Zwei kriege ich da raus Okay Ups Zack Zack Dann muss ich jetzt sogar runter gehen Weil das auf einmal geht's ja Schade Hm Okay Kein Thema Wir haben ja einen Metallformer Du machst mir das so bitte Wie sehr ausflippen So gut Jupp Und Noch einmal Und dann noch einmal Bitte So Sulfur Lead Nee, oder Sulfo-Dust oder Sulfo? Okay, das ist gut. Lid-Dust. Das heißt, ich muss Lid oben in Maserato und dann muss ich das schnell abfangen. Beforse. Das ist halt schön an dem Induktion zu rufen, da kann man auch ein bisschen abpassen. Lid. Lid-Ingot. Zwei unterschiedliche waren. Interessant. Ich habe mal ein bisschen was mit. Lid. Wie viel brauche ich von den Dingern? Hier einmal. Ich mache gleich zwei, weil für Kollege brauche ich hier auch Lid. Copper, Electric Circus, Lapis Blade. Nö, aber Electric Circus brauche ich so viele noch. Alter. Kacke. Dann könnte ich mir gleich ein paar bauen. Also zwei Stück. Mal ein Stück darüber. Jetzt müssen wir es schneller. Zack. Also muss ich gleich Rubberfarm gehen. Komm schon. Schaffst du es. Da ist Lid. So weit sind wir gar nicht mehr entfernt. Lid. Sulfur ist oben. Copper Cable. Sulfur. 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 Da ist es. Drei. Mal den Besten. Aber die nur zwei brauchen eigentlich. So. Dann bleiben wir uns mal diese komische Dinge da. Geht auch nicht, weil das noch fehlt, weil ich das nicht rausgeholt habe aus dem guten Ding. Aus dem Kompressor. Nein, aus dem Metallformer. So war das. Dann Sulfur. Lid. Und. Was war oben dran? Kabel. Jopp. Genau. Die speichert EU. Das ist schön. Klar, was soll sie auch sonst tun. Und jetzt noch eben noch die Heat Exchanger, für die ich halt keine Ahnung, wie viel Circus brauche. Das heißt, ich werde gleich farmen müssen. Währenddessen kannst du hier schon mal ein bisschen aufladen. Nicht viel, aber gut. Und ich glaube, wenn du voll wirst, 100.000, das ist ein Mist, lad ich den einfach schnell auf. Aber was ich jetzt schon mal aufgeladen habe, das brauche ich halt später im Kopf nicht mehr aufladen. Denke ich mal. Und ich habe eh zu viel Strom. So, diese da. Okay. Ja, den lasse ich einfach da drin. Dann werde ich schon irgendwann sehen, dass der da drin ist. Oh, es ist nacht. Also.